so wie es was wir essen eine Minute noch nachher essen der Koppel der Koppel die doch wir haben überhalten wir die Null gedrückt lalalalalalala das nie können wir noch nicht rüber nein ich meine dich oder ich höre jemanden verbrennen oder was Aua machen ich habe massig fackeln 28 jetzt ok man kann nicht ganz verhungern ich bin auch mal bis jetzt runter gut aber dann pass auf ja Luca hast du was für mich nein ich habe nichts ich habe für dich zwei Ruhe ich habe ich habe dann gehe ich jetzt nach oben alter hier ist Lava da will ich nicht lang aber da ist Eisen aber hier ist wirklich schon coole ja das hole ich gleich hole ich schon gleich gehe einfach nach oben und koch dir was leckeres ja aber fuck es das ist ja auch kein Gramm Eisen klar ich habe jetzt 35 Eisen ja also mittlerweile haben wir glaube ich genug um jede von uns eine Eisenrüstung zu machen na gut wenn wir alles zusammen nehmen auch Eisen ja und da ist auch noch Eisen in der Höhle was ich jetzt nicht mitgenommen habe was wir noch nicht mitnimmt oh Gott ich bin hier so in einer Lava ne das macht mir so auch scheiße Angst ich hätte ich habe das jetzt irgendwie vor fünf Minuten die Lava hier dazu gemacht dem Stein die läuft immer noch ich habe so Schiss dass ich bei jedem Fall jetzt ist das letzte halbe Herz verlieren könnte warte das Gold brauchen wir auch nicht ne ne Goldene Äpfel doch Gold Goldene Äpfel aber wir kriegen eh keine Äpfel äh ich hab jetzt äh gleich Fettkohle und ich komme jetzt gleich zu dir das denn dann gebe ich dann meine ich muss erst mal ihn gleich wieder hoch finden guck mal jemand auf dem Timer wenn der jemand oben ist ne ich bin nicht oben ich bin ganz unten hä warum bist du ganz unten ich geh jetzt gerade nach oben bin ich ganz oben ich bin unten in der Höhle ja oh was ist denn da plötzlich hier wieso ich hab mich verlaufen scheiße egal oben ist auch noch Essen ich geh nach unten ich geh nach unten verhunger ich geh nach oben und brenn mein Eisen Kohle nehmt alles mit was ihr findet immer noch ruhig oh es gibt auch ne Map mit ner Schluchten da sind Diamanten alles drin ach das kenne ich das ist bei The Walls PvP dort kommt ja genau ne es gibt auch ne Map zum Downloaden jeder Schlag könnte mich töten ah warte ich bin oben ach guck mal bitte auf dem Timer fressen 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 danke reicht schon so hier erstmal mein Eisen reintun ich hab Level 3 wo musst du jetzt ein Eisen ach ja und gut ich tue meinst dazu Level 3 Level 4 nein krieg ich nicht so gut also das war so knapp ich muss auch mal zweiten Ofen für Essen ja man sollte nie irgendwie was und dann essen in den Ofen rein mach mal mal im Backofen zu Hause ich guck mal bitte auch gerade auf dem Timer äh tue ich grad zwölf Minuten oh fuck wir sind ganz schön schlecht ausgerüstet dafür dass es schon so viel Zeit dauert ja die anderen haben nichts anderes ja aber vielleicht haben sie mehr gefunden muss nicht ganz ehrlich muss nicht die Maps sind gleich gehalten das sind genau die gleichen auf beiden Seiten auf allen vier besser gesagt so ich fang dann jetzt mal an Eisenrüstung zu machen ne aber erst mal Schwerter ja gut erst mal Schwerter also erst Schwerter dann Rüstung und dann Essentials das brauchen wir alles gar nicht ne das schaffen wir vor allem gar nicht so drei Eisenschwerter so und jetzt schmilzt das Eisen wieder extrem lame 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 Aim fail aber auf jeden Fall also ich fang mit Brustpanzern an erstdings weißt du was Schwerter Werte hab ich schon achso fuck 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 ich fühl mich hier so scheiße unsicher jetzt überall Lava um mich rum dann geh doch dann ich bin ich bin hier ist Eisen ich verzauber gleich mal ich kann drei Sachen verzaubern ah dann ist jetzt ja klar wer die äh wer die zwei Fahrungsflächen kriegt du ja nie ihr beide teilt hier mal die Eisenmenge äh ganz von Luca Angst 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 weg hier weg hier weg hier weg hier so ein ich hab 13 Eisenluch Mama ja er ist ja wo kann ich überhaupt her schweiße Tobi ja du bist schon mal gestorben das soll nicht nochmal passieren ich gebe dir den ersten Panzer 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 ein großer Panzer danke jetzt hier mal hier hinten das will ich ja bock kein Essen mehr weil ich ihr Essen ich ich grabe warte warte ich hab noch ein Schweinefleisch hey 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 Tobi haben wir noch irgendwelche Tiere da oben äh ne ich hab alle getötet auslandschaft habe ich alles getötet ja super dann sind wir am Arsch es sei denn wir bauen was an am bauern genau das hier ja nein nein neiner will in den Wiener sie haben ich guck mal hier und bei LaRom ob ich da auch was finde ich hab und sie meine zweite Höhle macht das aber nicht gerade runter ja ne ich meine ich mache so eine Treppe runter noch ein Brustpanzer für die Mama ach ne die Mama hatte ich ja schon einen Brustpanzer für die Oma für die Oma fallen die Oma im Brustpanzer irgendwo King left der einzige der noch überhaupt nicht ausgerüstet ist Luca na und wir haben fast volles Tier Equip oh da wollen die uns verarschen ja die verarschen uns doch und wenn dann haben wir los wenn nicht genau die verarschen uns wecki 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 in die Kiste hier oben ne ja nein Spaß ja auch richtig ich komme auch mal hoch zu euch wenn ihr wollt ich mache jetzt hier mal eine Alternativmine ne damit wir noch mehr finden ah jetzt noch verlegt ich will doch essen welchen welchen Eisen welchen Rüstungsbestandteil soll ich als nächstes machen was hast du denn ich hab jetzt Brustpanzer für alle dann mach Brustpanzer für alle Brustpanzer für alle ich hab noch mal Hühle gefunden Leute ich komm dir mal kommt dir mal zu mir ja ich muss mir eben zwack auf die Uhr guck mal an äh time 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 9 Minuten noch wie viele? ja ich dachte gerade 3 Gott wo denkst du hin? Luca ja russpanzer sind die kiste und die hose ist hier ich habe mich immer verzogen wo ist die hose ach verdammt mir ist das eisen ausgefallen erst mal das eisen abbauen ich habe noch mehr eisen für euch level 1 schuss sicher ist doch der letzte kack wo ist mein schwert hast du eigentlich gemacht ja moment hier ja hinter dir ist noch mehr reisen die nächste hose machen schärfe 1 auf dem schwert wo man schon zauberst du gerade haben wir ja noch bücher drin nein 1 ach so stimmt ja ich mache mal ganz kurz ein eisen habt ihr hier meine eisenspitze ich hätte auch keine deswegen mache ich ich mache mal eine für uns alle das muss reichen ja gut ja stimmt das recht ich habe 13 eisen habe ich noch also so ich habe noch ungeschmolzen ich habe noch zehn eisen auch und ich habe schluss 1 auf meinen brustpanzer das ist besser als schluss sicher dass ich habe kein bett weil uns kinder pennen und dann immer wieder da ist worden ja gut wir sehen ja wenn er tot ist dann kann er da achten auch nicht in kirchen einfach vorgleich mal irgendwie eine base anlegen in der europäule und luft luft basis ja nach allem macht irgendwas hauptsache die können sich so leicht erwischen ich weiß nicht dass er der kreativität freien lauf m leitern oder irgendwas zum hochbauen ich bin in den in den in den in den ich noch einfach so aber wir haben kaum kam es dann hoch scheiße es geht und ich bin jetzt hier noch mal auf mien suche für euch ne moment Prozent ich habe eine Hose oder Hose hast du auch schon eine Hose Tobi ist so strassig da mache ich dir auch noch eine gut Prozent stein 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 ich war in der Axt machen Robi Muster wo es eine kranke Miene ich brauche zu essen scheiße um das sieht ja bei der Neustadt auch so ich hab fünf Dinger für mich na dann bin ich bin ich ja auch nicht mehr irgendwo findet ihr einfach eine Wendeltreppe ach egal Tobi ich tue deine Hose auch in die Kiste wie ich lasse mich zu essen das sind 1 1 Steak mehr hast du gar nicht wir haben gar nichts mehr hier geht eine Wendeltreppe runter ja das ist der folgenden die Kugel genutzt das ist tun sie gucken da geht eine Miene runter die ist aber schon Prozent erschöpft und dann um zumal wenn die Treppe geht noch eine runter die Schmerz gucken hoffentlich ist er in der Kiste hoffentlich ist er in der Kiste ich guck mal oben in der Miene hast du schon geguckt ne genau ich grabe mich jetzt hier gerade runter was kann man denn noch essen scheiße das kann man denn auch was kann man denn essen machen und ich tue noch mal das andere Schmerz in die Kiste Milch haben was man Milch können wir machen bringt uns das was haben wir überhaupt noch kühlen wie macht man Kuchen mit 1 Ei 1 Ei hätten wir zu nur doch Weizen brauchen wir dann hätten wir alles für den Kuchen so ja gut bin jetzt auf Höhe 68 hat man Weizen oder nicht ich komme auf den Counter hier haben wir noch so heilige Scheiße noch ich kann diesen scheiß Counter einfach nicht musst du näher rangehen dann aktualisiert die sich gut ich finde die mach mal muss ich die Eisenacke nehmen über die haben wir ja eher daher noch fünf Minuten 42 oh Gott ja es wird eng wo ist unsere Stein Bays die muss ich noch bauen ich wollte gucken ob hier vielleicht nur Kiste ist in der Mini wo Tobi rein ist und da vielleicht irgendwie Weizen drin ist ich hab dir es gefunden ich hab dir es gefunden echt ohne Scheiß ja kein Scheiß Eisenspezial gebrauchst du ne ja ich hab eine ich bring dir die auch Gott sei dank ich weil wir haben nicht mehr genug Eisen für eine das der wo wir das den äh wo bist du ähm an dieser Höhle da ich guck grad mal wie vieles sind scheiße ey ich hab komm noch leben also keinem noch Hunger ich hab mal gerade die Kiste leer und wohl alles raus meine Spitze ist dauernd ich hole dir ich bin gerade eine ich hab nur noch zweieinhalb diese Köln wie viele die ersten ich weiß es noch nicht mein ich bin sage es geht dauernd also bis jetzt sehe ich nur ein einer wäre natürlich scheiße wir gehen weg gehen weg ein weiter vielleicht noch mehr gibt meiner spitze gemacht script mining ja und ich versuche mal irgendwie Weizen irgendwo gucken ob ich weiß nicht ich scheiße wir sind zu dumm wir sind so dumm was wir hätten einfach nur Gras holen müssen Gras abbauen müssen ich hab Samen ja pflanzt ganz schnell an pflanzt sie an bin jetzt hier oben ich stecke jetzt hier oben fest auf unserer tollen Basis warte ich werf sie dir runter ich bin immer im Hochlaufen ich hab für euch noch 21 Eisen liegen jetzt da unten vor dem Gebilde oh Gott ich hab nur noch ein halbes Dings Essen Ding ja dann hol sie dir schnapp sie hier ich hab gar keine Essensding mehr scheiße ja dann komm so schnell wie möglich nach oben ich hab sie hier alle total planlos und unorganisiert werden sterben wirst du das sind die ist seilische erstens hier oben wieso warst du dir da da hinten liegen die Samen wo davor der da vorne irgendwo wieso hast du mich schon viel früher angepflanzt ich war was weiß ich wollte nicht weil der höhle und so ein zeug war beschäftigt oh Felix ist weg da komm doch bestimmt ach komm so ich hab jetzt unsere kiste hier oben veröffentlicht hier nach oben veröffentlicht nicht mehr zufällig kiste war der kiste Knochenmehl auch noch ähm nein scheiße hätte uns glaube ich eh nicht so viel gebracht natürlich ja der braucht man jetzt besuchen wir jetzt mehr davon mal wie viele minuten noch eine kiste gewonnen echt was dran ist kann eigentlich was dann okay ein bisschen weizenpflanzen erstmal kommen wir auf jeden Fall hier und Pfeile oh geil oben nein kein Sprung aus dieser Höhe überlebe wahrscheinlich nicht ich hab Zucker hätte ich scheiße ich war Hunger ja gut ich finde hier keine die es mehr um ehrlich zu sein wie viele sind es denn jetzt einer da komm hoch machen wir uns mit dir Schaufel es sind noch zwei Minuten zweieinhalb ja noch doch scheißegal ey ich muss sie verlieren ja auf jeden Fall mein Gott ey ich brauche was zu essen ist sehr gesund fackelt fackelt ich stelle Fackel daneben auf ich mache es einfach nur noch gut ich heute ab aus dem Minusoli Kuh hat in den Kuh irgendwie erleben lassen in der Räume haben wir schon sind alles tot am Ende ist das Nahrungsproblem schuldern alle das Kuhl und er um das ist liegen bei einem Welt in mein Glück noch nichts zu trinken das kann man weiter und schneller wachsen lassen keine Ahnung hey Tobi du hast doch bestimmt eine Menge Cobblestone hast du noch Wurstung Lastin hast du nur Wurstung gemacht den werden wir brauchen ja gut ich hab äh dreieinhalb sechs hast du noch Schuhe gemacht Lastin ähm Schuhe ne hat er nicht mehr genug Eisen ich hab nur noch für mich dann mach ich mir eben Schuhe ich hab ich hab noch 25 Eisen vor euch komm jetzt hoch komm das ist noch ein zwei Minuten noch wir brauchen dich ja warte ich bin noch grad auf dem Weg dahin Redstone hast du Redstone Lastin ist oben in der... jetzt hab ich das oben in die Kiste reingepackt scheiße Hälter sind wir Paner warum bist du wieder runter weil ich hier war ja warum ich bin oben ich bin oben ich bin oben dann kackel da hoch ja und mein mit ich hab nur ein halbes Herz Breschie weil er ist mal Eisenrein im Koppel Tobias was will ich essen eine Minute noch nach Essen die mehr Koppel der Kölner Koppel geht doch Tobi komm nimm den Ofen mit dann pack den oben hin nimm den Ofen mit ja guck doch ich hab doch hier Essen hin geworfen Tobi komm mal her komm mal her mit der Eisenspitzhacke Eisenspitzhacke wir verpissen uns jetzt eigentlich hier rauf Eisenspitzhacke komm mal her Tobi hier nimm ich bau jetzt ich will das abbauen hier das denn wir verpissen uns jetzt eigentlich hier rauf los kommt ich bau eben noch die Öfen ab isso die hier das 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 das